Ich werde zu Beginn ein mächtiger Krieger mit dem Namen Sir Pinax. Los geht's! Da war es also nun. Dark and Dark heißt, endlich erschienen und wir können Gewölbe und Dungeons erkunden und Loot sammeln. Und genau das wollte ich tun. Ich betrat die Goblin Caves und schaute mich ein wenig um und wollte erst einmal schauen, dass ich ein bisschen was an Geld bekomme. Und andere Leute wollten dies anscheinend auch tun und waren sogar relativ freundlich. Alles in allem liefen die meisten Runden am Anfang so. Die Leute hatten keinen Bock zu fighten, sie wollten alle ein bisschen Loot rausbringen. Und dann holte ich mir zwei meiner Leute. Und dann gingen wir in die Dreier-Maps. Ja, Chaos ist vorprogrammiert. Wir fanden ein paar bessere Sachen und beschlossen eigentlich, einfach nur rauszukommen, damit wir ein paar Moneten machen konnten. Aber andere Spieler hatten einen anderen Plan. Rechts vor mir. Hier wird wiederbelebt, glaube ich. Ich gehe rein. Der setzt sich hin! Und dann habe ich nicht gehittelt. Das wäre crazy. Oh Gott. Nein, du bist... Ich hält dich rein. Einen habe ich. Einer habe ich. Muss nachladen. Er hat einen Hit. Oh, sorry. Alles gut. Gut fight it. Ja. Und wenn man ein paar Heeltränke... Das Halsschwert hat der hier, wenn einer wäre. Ja, Danny macht auf beide. Ich habe jetzt eins auf. So sind wir als Dreier-Team das erste Mal mit Loot rausgekommen. Diese Runde hat uns noch ein bisschen Selbstvertrauen gegeben und wir beschlossen, nach einer Runde, in der eigentlich nichts passiert war, runter in die Hölle zu gehen. Oh, der hat eine Zweihand-Achse. Vorsicht. Oh, die sind echt scheinbar der Beschreibungsvermiss derzeit. Wuuuuh. Fuck. Oh, Weapon Damage Egenity. Oh, das hört wieder gut an. Ich höre noch ein Portal. Da sind noch mehr Portals. Nein, ich sehe zwei Portal. Au. Denny, komm mal her. Deine Pfeile, denn da ist ein Portal, da ist ein Portal. Ich glaube, es ist noch ein Skelet-Archer über mir. Hier unten. Also wir haben zwei Portals derzeit, glaube ich. Unten der Skelett ist getriggert. Ich gucke mal eben hier. Ich habe einen dritten Portal. Ich gucke mal eben hier, ob was auf ist, weil dann nehmt ihr die Beine. Derny, kannst du das hier unten vielleicht nehmen, kannst du das eröffnen und dann hier runtergehen. Ich habe hier... Oh, ich bin stark. Mach doch mal ab, noch keinen hinter dir. Ich muss ihnen helfen. Ich muss ihnen helfen. Nein, nein, alles gut. Sie machen kaum Schaden mit meiner Rüstung jetzt schon. Ich mache das jetzt gerade auf. Hier sind auch einige. Kannst du dann entern hier runter? Genau. Nein, nein, nicht hier, nicht hier. Oh, Hunde. Hunde. Ich brauche Hilfe. Ich bin tot. Ich muss das Portal hier nehmen und bin ich nett. Ja, nimm. Nimm. 200. Haben wir denn noch eins? Ja, da, bei den Hunden weiter ist eins. Oder da. Ich muss auch. Denny, hau ab. Denny, hau ab. Okay. Okay. Somit war auch der zweite Run, in dem wir in die Hölle gegangen sind, erfolgreich. Jetzt ließ es wieder hoch in die Ruin. Spieler vor mir. Oh. Warlock. Auffassen. Auffassen. Ja, wir müssen so oder so rein, Leute. Warte. Ich habe eine dicke Heilung. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Diese Attacke von dem Warlock. Denny, komm mal hinten raus. Komm mal hinten raus. Komm mal hinten raus. Komm mal hinten raus. Ich muss nachladen. Ich habe ihn. Ich habe den Krieger. Geh raus. Geh raus. Geh raus. Denny, Denny. Ich habe den Warlock. Nice. Sehr gut. Pine, komm her. Pine, komm her. Sehr gut, Leute. Looten und gimme ihn. Wenn irgendwo Loot über ist, brüllen. Hier. Bei dem hier. Ich bin vollgepackt mit Loot von den beiden Leuten. Wollten wir raus. Und dann. Mach die blauen schon mal auf. Hier ist aber jede Menge Mobs noch bei den Portals hier. Blaues ist offen. Ich habe zwei rote offen. Und jetzt drei rote offen. Komm jetzt. Ich habe hier ein blaues. Das mache ich auf. Das auf. Mach ich eine Clarity-Posch. Genau. Hier ist auch noch ein blaues. Mach das auf. Mach das auf. Mach das auf. Mach das auf. Genau. Ich gehe hier raus. Aber scheiße. Aber scheiße. Aber scheiße. Nein, das ist nicht. Welches scheiße? Welches scheiße? Das kriegst du nicht mehr. Nee. Definitiv nicht. du hast es jetzt. Der Stepps? Der Kopfschuss. Du bist buffed. Bleib drin. Bleib drin. Bleib drin. Ich muss an euch vorbei. Ich stürm. Ja komm rein. Komm rein. Komm rein. Ich stürm rein. Ich stürm rein. Achtung der Warrior. Hier rechts, hier rechts, hier rechts. Ich muss nachladen. Ja, platt nach. Der Ranger ist lit. Keine mischt. Ja, der andere auch. Ach, ein Hilf. Krieger tot. Ranger ist hier runter. Ich will die Zeit nutzen, den Krieger looten. Ich will die Zeit nutzen, als ich will. Ach, ich bin nicht mit. Top Schuss. Schönes Ding. Das ist mein Standard-Equipment, ne? Ja. Die Fallen nämlich mit. Wo müssen wir hin? Hier sind wir auf jeden Fall falsch. Kann ich auch machen? Ja. Ich hab' noch einen Hit. Ich hab' noch einen Hit. Nein, nein. Bleib hier, bleib hier. Genau, stell dich so, dass ich ihn teilen kann, falls er dich zu krass trifft. Was? Nicht sein Scheiß-Ehrer. Einen hab ich. Nicht sein Scheiß- Ist der Baba weg? Der Baba ist weg. Oh mein Gott. Den anderen machen wir hier. Hier hinter euch ganz viele Zombies. Ist korrekt. Er ist dead. Er ist dead. So hatte ich mich als guter Ritter, der ich nun einmal bin, für meine Freunde geopfert, dass sie sicher entkommen konnten. Ich hoffe, euch hat das kleine Video zu meinem Kriegerstart gefallen und ja, es werden einige Videos kommen. Dark & Darker ist endlich raus und wir haben Bock. Bis dahin und ciao.